Du hast eine Idee für ein Geschäftsmodell, weißt aber nicht, wie du es umsetzen kannst? Schauen wir uns doch zusammen an, wie das funktioniert. Ein Entrepreneurial Design besteht aus vier wichtigen Teilbereichen, die ausgehend von einer Idee bearbeitet werden. Als erstes müsst ihr eure Idee auf ihren Nutzen prüfen. Welchen Nutzen bringt mein Unternehmen den Kundinnen und Kunden? Den wichtigsten Partnerinnen und Partnern? Und wie profitiere ich selbst davon? Als nächstes schauen wir uns an, wie die Umsetzung der Idee erfolgen soll. Wie erbringt das Unternehmen seine Leistung? Und wer packt mit an? Was macht man selbst? Und was überlässt man Partnern? Und wie erreicht die Leistung die Kundinnen und Kunden? Sei kreativ in der Umsetzung. Verändere deine Sichtweise. Und lass dich auf unkonventionelle Lösungen ein. Überleg dir, wie du bei einem Wachstum die Arbeit mit anderen teilen kannst. Nun musst du dir noch überlegen, wie du damit Geld verdienen kannst. Jedes Unternehmen, auch wenn es nicht gewinnorientiert ist, muss Erträge erwirtschaften, damit die Kosten gedeckt werden können. Nur so kann es auch langfristig bestehen. Diese Erträge entstehen entweder direkt aus dem Verkauf der Produkte und Dienstleistungen, oder ihr findet jemand anderen, der dafür bezahlt, zum Beispiel Werbekunden. Auf diese Weise könnt ihr das Produkt oder die Dienstleistung gratis zur Verfügung stellen. Private Fernsehsender, Gratiszeitungen und viele Angebote im Internet funktionieren nach diesem Prinzip. Geschäftsmodelle müssen zukunftsorientiert sein, um langfristig bestehen zu können. Dazu muss man sowohl soziale als auch ökologische Verantwortung übernehmen. Manche Geschäftsmodelle, wie der biologische Anbau von Lebensmitteln, erfüllen diese Kriterien automatisch. Bei anderen muss man sich gezielt damit auseinandersetzen, daran arbeiten und Möglichkeiten finden. Wie viele Ressourcen verbrauche ich bei der Umsetzung meiner Idee und welche Schadstoffe produziere ich dabei? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Ein neues Geschäftsmodell wird nicht allein im stillen Kämmerchen erarbeitet, sondern gemeinsam mit Freunden unter möglichen Zielgruppen. Startet mit eurer Idee durch und entwickelt euer eigenes Geschäftsmodell. Beispiele anderer Projekte findest du unter www.startedeinprojekt.at Und jetzt startet los! 3, 2, 1, 2... 3, 2, 1, 2... 3, 2, 1, 2... 4, 2, 1, 2... Untertitelung. BR 2018